Willkommen zu Part 22 von Let's Play News Super Mario Bros. You. Es wird sich gleich entscheiden, ob wir kämpfen müssen oder nicht, denn wir wollen zum nächsten Level gelangen. Jo. Und zwar müssen wir... Mitte. Ja. Und wir müssen nicht kämpfen. Und es gibt auch kein... Item. No. So. Fünf. Fünf. Wasserballons. Oh, das ist ein geiler Level. In luftiger Höhe. Der ist geil. Den kann ich überhaupt nicht. Ich finde ihn richtig gut. Er ist geil, aber ich kann ihn nicht. Was ist hier hinten? Ich weiß es nicht. Ey, guck mal, es ist zwar schwierig, aber es ist nicht da unten in der Röhre was. Was für eine Röhre? Hier. Ist nicht hier irgendwo was? Nee. Nee, was soll das sein? Ich finde das geil. Was ist das Vieh wieder da? Oh, fuck. Komm mal. Ich will das mal ins Wasser schmeißen. So cool. Jo, mein Pilz. Hm, jetzt nicht mehr. Dann nimm dir das. Du gehst da auch, ich geh hier auch. Oh, wir müssen mal wieder ein bisschen suchen. Ich hab nämlich hier keinen Plan, wo du da konntest. Ich vergesse dann manchmal auf zwei zu drücken. Ja, das passiert. Ja, das passiert. Also bei Mario Bros. Wie fand ich diesen Level auch richtig asozial? Aber hier ist der, glaube ich, gar nicht so schlimm als machbar. Danke. Danke. Wer ist uns verrichtet. Ach, komm. Alter, jetzt. Der kommt jetzt ohne zu dir. Ah, der tut dir noch sch... Außer, dass du getroffen hast. Scheiße, tut mir leid. Nee, nicht schlimm. Ja, ich will nochmal. Du bist auch nicht dem Panzers schuld. Er ist nicht da drüben mit der Wand. Ja, da ist es. Wenn ich mal springen würde. Aha. Mein fiktiver Carbdown. Ja, ich würde mir rankeln. Nein. Dein ab. Oh, ich bin ja schon wieder hier in der nächsten Blase drin. Achtung. Schakabu. Hier ist noch ein paar. Hier ist eine, äh, Blume, äh, Starcoin, glaube ich. Alter, cool. Oh, Windchen. Da. Oh, ich wollte ihn dir freimachen. Ich habe gerade auf dich geguckt, ey. Alter, ist die Blume. Ja. Warte, ich mach das von mir einfach. Erst mal. Shit. Ich wollte nicht sterben. Ja, ich muss es bis zu oft passen. Ich glaube, da drüben ist auch was. Nicht hochgehen. Nö. Ne, da drüben ist nichts. Nein. Nein. Ohr. Ja, sehr gut. Ich komme einfach gleich zu dir runter. Ich finde, der ist irgendwie nicht geil. Ja, der ist richtig cool. Also diese Wasserplätze ist so unlogisch, aber ist das geil. Das war geil, wenn der Typ-Typ ist, dann komische Eisler nicht geil. Ne. Sorry. Alter, da kommt man auch nicht hin. Ne. Ich will doch keinen Wandsprung machen, da fliegt so zu dir scheiße. Oh, schon wieder verreckt und ich habe meine 70 Abs wieder verloren. Also nicht alle 70, aber ich bin wieder unter 70. Ich armer Schlucker. Guck mal, hier, was ist hier. Ne, hier ist was. Oh. Oh, shit. Na ja, da wollte du die noch. Oh, ich habe erstmal einen Filz, wenn es falsch geht, schief geht. Das ist jetzt scheiße. Sehr gut. Sehr gut gelöst. Ja, danke. Aber wir haben noch acht auf, wir haben schon was da können. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch keine Auge. Hey, Moment, kann man nicht hier an die Röhren rein? Ne, aber hier muss man drauf rein. Nichts dergleichen. Ich muss drauf rein. Und Fuzi, kaboom in your face. Hey, das führt ja auch voll da hoch. Kann man da nicht rein? Ich halte mich dumm. Das ist nur zur Deko, Leute. Nein. Ich muss warten. Ne, ich muss warten. Komm rein. Ich bin hier unten so am Rand. So, weiter geht's nach oben. Da ist was der Hinsch. Oh ja, das sieht man schon. Hupala, das ist noch eine Röhre. Hier kann man rein. Ja, da kann man rein. Ich werde sehr gebashed. Yo, also das ist jetzt ein bisschen suboptimal. Kommst du hier schon hoch? Ach so, du bist, ach du hast gebabbelt. Ich habe mich behauptet, also das war halt keine Absicht. So komm, wir müssen uns jetzt aber beheilen. Ja, das ist Dekoil noch Finn, denn... Ich gehe nachher drüben. Bringt mir zwar nichts. Aber okay, ich glaube, da ist er, ja. Ich wollte ja eigentlich... Das ist ja sogar eine ziemlich asoziales Dekoil. Hier oben ist auch schon Schluss. Egal, ich sterbe im Jahr. Nee. Doch, ich bin nochmal gestorben. Hä? Ehrlich? Ja, ich bin gestorben. Ich habe gedacht, du hast dich da in diesem Ding gerettet. Wot the fuck. Du kannst nicht sterben. Ja, das war... Ich stimme. Okay, 5,5. Stark wie immer. Richtig gut aufgestellt sind wir. Ja, da kann man doch mal ein Team nehmen, wenn wir etwas Gutes kriegen. Ja, wenn. 5,5 habe ich keine... Ah, es könnte eine Blume sein, es könnte schon sein. Alter, wenn wir mal eine Blume kriegen, wäre das geil. Tausend Dank für deine Hilfe. Hier kommt doch zu. Jo, eine Blume. Was kommt mir zum Level? Irgendeiner. Ich habe keine Ahnung, ich glaube mich an Lakitu zu erinnern. Was wollen wir raus? Pia, ich... Nee, nee, wirklich, das ernst. Ja, gut. Wir wollen raus. Werden wir von... haben wir uns auch nicht und wenn doch dann muss man sagen ich bin aber es ist ja in der ersten Welt und der was aber denn hier schlangenblock im Tal des Nebels oder der Stauke erfreulich diese Nebel vier hat noch bis jetzt noch nicht das muss eigentlich so sein die Wollsritte nehmen die Befieger weil diese komischen Wolken diese Nebel versprühen Kahn die Lüge Schlangen des Assoziale ja es ist ein geil ja es ist so wie ohne das ist aber ich nicht so ist ein Geld das ist ein geiler wird im Falle aber es auch gelungen an sozialen Bisschen da muss man eigentlich auch vorab und von denen ist es jetzt hier ist besser geworden die vorhanden feine die siebten welt hier muss man durch erstes dafür vor Ort noch ein bisschen warten müssen jetzt so wie immer bei uns ist ja alles bildlich ich glaube da jetzt man muss sogar hier weiter schweißer nein doch 2 2 ja man kann sich aber das immer weg machen verdammt all es gab und bei Neubus erstens nicht asozialen Level hier mit denen geh mal rein okay ich glaube da gibt es weiter geht es ging jetzt nicht weiter da gab es nur richtig asozialen Level mit einem Schlangenblock ehrlich weiter geht's und ich ich stehe so kann doch der normalerweise nicht springen wie ich gefunden bin nimm so hoch naja ist egal ist egal ja das war meine Schuld du stirbst hoffe ich noch ja das wäre natürlich wieder gewesen ja ich hab's nicht geschafft ich hab's nicht geschafft ich hab's nicht geschafft ich hab's auch ja das wäre natürlich wieder gewesen jetzt mehr Pilz ich weiß noch die Wolke ja ich bin der Marsch nicht ganz komm noch mal drauf ja alles gut ja hol den weg oder bring damit noch einen anderen Raum bring ihn um bring ihn um ah stirb bring ihn um scheiß ey stirb einfach ich glaub das hätt mal ja es hätt mal mit Kurban so ganz einfach machen können ich weiß nicht warum ich mich jetzt umgebracht habe aber wir hätten wahrscheinlich eh nicht mehr geschafft ja ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Wolle Kurs Loll ich bin ich bin ich bin also bis jetzt sind wir haben auch alles da kommt schon es gibt ja keine Siegdeckse mehr definitiv nicht weil wir sind ja ich als das soll er will da kann nicht mehr passieren sehr sehr jetzt kommt das das ist auch für die ganze erste Redler abgeschlossen haben oder jetzt schon das ist der abverdient er aber auch der Leber mal zurück also jetzt mal ehrlich wirklich vieles Wort dreißig mal vorrekt aber ansonsten der Wolle ist ohne beide zu sterben und nur vier Minuten so ich bin auch mal geschoben das Prozent Haus müssen wir jetzt nicht machen nee wir sind voll das müssen wir wahrscheinlich erst ganz am Ende irgendwann machen na am Ende haben wir eh unendlich viele Häuser ja aber da muss man ja die erst mal da müssen wir das Ding aus dem Haus besitzen ja schon aber wir müssen die schon noch mal bevor man irgendwie Final Boss oder so eine Scheiße machen da müssen wir das noch mal hier und alle Art an der Abkastung das habe ich jetzt und Prozent Ludwigs Uhrwerkfestung letzter Levy der siebte ja 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 mal sehen was abgeschirrt das ist richtig geiler muss sagen ah die Kälte sind das Prinzip dieser praktisch diese Uhrwerkfestung genau ich finde er hat eigentlich ja es wäre für dich natürlich besser gewesen hätte das andere den Ball aber auch Eisblume finde ich nicht schlecht nee Eisblume ist ja nicht schlecht aber ah ja wie sie ist wie sie ist da können wenn wir beide so ein Drecks wie das Spiel ist um da ist ja doch nicht mehr jetzt bringt das der 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 fachausdruck fachausdruck ja hier ist doch kein danke lol das war nicht mit Absicht aber ansonsten da unten kann man sich das sogar mal retten oder ne kann man nicht oh hier haben wir nicht ja scheiße ich bin runtergeschoben oh hey wieso sterbe ich dann Scheiße ich muss da ja oben drüber stepp also ich sollte vielleicht mal schütteln ja das war ein bisschen billig jesus aber das äh da konnte ich auch nichts machen oh fuck wusste ich nicht Geil der Pilz Pilzi Pilz der kommt zu mir der 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 die 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 dem der der ja du Spaß du brauchst gar nicht herzukommen ach komm der hält sich doch wohl ne springen würde ich eigentlich sagen verdammt ah ich weiß was das ist die ist fies warte ich geh mal hier runter jo geh mal da runter ich glaub der kommt rechts runter das Ding warte mal mit absicher ich komm da gar nicht rum doch doch mal ein Block er hat mich gestorben nimmst dran gehen und so so richtig ich stelle was ihr das wie mit dieser Münze da unten weg ist scheiße ich bin ich dumm safe ist er n dann kriegt man möglicherweise wenn ich nicht an dem vier sterbe bei der Eine blumen wo die kamen und die Sparky ist Loll zu bekommen weiß ich nicht egal die vier sind scheiße also um zu bekommen nr komm ja hier oben ist nichts na scheiße jetzt noch oder ich muss noch nr nr ja hier das ist jetzt ein bisschen scheiße ach nee wir könnten so durch das ist nicht okay kommst du auf die Scheißmaßnahmen das ist wie stückung trocken schnell weiter genau ah ist es nicht hier dieses böse naja war ja nicht nr 3 mal was nr 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 s ne ich drück nach oben da ist gar nichts da kommt glaube doch wieder raus hier wenn sie wäre mir steht aber da kommt die Hälfte nicht zu tun jeder geht nicht rein das ist doch ein Teil der da machen wir einfach auf Plattform Klausel vielleicht ist immer neben die Röhre gekommen oder so und hast noch umgedrückt zu uns und wie immer gehört wird es auch böse ich weiß gar nicht wo es kommt mach einfach jetzt irgendwann kommt so untertäumen ich bleibe mal hier du bleibst mal da drüben das ist für eine Kacke hat natürlich als Einzel als zu klären die Kontrolle kommt die kommt nicht scheiße natürlich als von der Typ auch ein bisschen Arsch gerade wenn man da wartet die kommt nicht mehr m hat er mit dem Anstieg ja da muss man die noch ein bisschen suchen ich hab kein Plan wo die ist aber wird schon nicht so weit weg sein ja holy crap Alter eine Reaktion bei uns war doch nicht hier gibt es schon was geiles aber ich glaube ich weiß ich glaube ich weiß jetzt auch ne hier nicht aber ich glaube ich weiß dass es fieses ja es war doch so oder es war doch dass man so stampfen musste oh ne doch nicht stopp halt nicht hallo ach da unten ich hol sie das krieg ich mal ja gar nicht von der anderen Seite stimmt probier's nochmal ne fuck ey sorry nicht stimmt komm wir müssen uns beeilen ich bin wieder für die Kraft das stimmt Alter hä wir kriegen doch den Boss gar nicht dauern in der Zeit Schiete ja ich sterbe ja auch noch ab werden wir nicht packen ne wir werden wir nicht packen komm scheiß auf die Starcoin rein da richtig schnell ja oder noch den Pilz packen wir sowieso nicht 6 zu 50 Sekunden ist das natürlich da müssen wir Pussy Mode machen und dann zeigen wir euch den richtigen Bosskampf an ja ja Luftdruck da hinten im Hintergrund sieht man schon Peachs Castle mit dem Wormeluftschiff drumrum scheiße dieser Wirbelwind das ist natürlich irgendwie scheiße da ist er aber das sieht richtig mega geil aus hier oben im Mast ich weiß grad nicht wie das heißt Grainnest oder so ein Scheiß und der teilt sich auf man erkennt ihn an diesen drei Prozent Feuerstrahlen den Fall ist oder man guckt eben also der ja sieht man jetzt auch wenn wir müssen ja ich bin du bleibst mal da drüben stehen und ich bleib hier so stehen ja auch kein Wäscher von ihm leben ja bei ihm nicht verrecken ne ich habe ihn 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 nicht verrecken und die Zeit in Zeiten nicht mehr stimmt es ist so nicht gestorben Schiedschen naja aber jetzt kommt es da kann noch mal holen zwei Jahre oder heute machen wir zwei zwei Jahre aber haben wir nichts was wir noch nicht das ist das ist perfekt ja gut das war es natürlich ein bisschen beschissen aber es geht ja noch ja es ist also wir haben mit dem bisschen gesucht überall ein bisschen fähig aber ansonsten eigentlich haben wir ja gar nicht so viel ja natürlich ich hab doch mal sprung gemacht ne du hast du dir nicht an der Wand du wie ein blöden Scheißerottskatz lol die hier gerade alles stirbt also ich und die Blume und alles andere auch ja komm scheiße alter Laufhinherz ich muss noch mal alter der Hammer hat mich fast noch ja jetzt sterb ich du stirbst nicht das ist eine Leiche ist mal wieder durch mich durch das Pilz Alter schon Witter aber ich lasse dir da ich glaube die wird ah ne die wird nicht getötet aber ich wollte dich gerade hochbäschen aber du bist auch durch mich durchgerutscht weil du noch un-invisible warst so un-invisible komm wir laufen gleich durch ach komm ich hab doch gedrückt oh alter wieso sterb ich da an dem Ritzen scheiß alter alter was machen wir denn also komm mal oben in diese Kröre muss man nicht mehr rein stimmt da muss man ja gar nicht weinen ne los komm mach ey wenn der automatisch immer dagegen geht meine Güte ich hab's ja noch nicht ausgesprochen na nicht ganz hat das viel ist scheiße dankeschön ja ich hab dich jetzt glaube ich wieder umgebracht ist nicht schlimm ja du bist tot ne nicht ganz oh shit ich wollte die holen komm 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 ja jetzt machen und fertig so richtig der der kassiert jetzt er hat er hat uns ja nicht umgebracht wir sind durch Zeit gestorben trotzdem passiert jetzt so Ludwig Veit mittlerweile ist es 048 aber das ist ja jetzt dass wir uns lange nicht davon anhalten jetzt feiert sie erstmal ab geht's aufs Face nicht ganz hier drüben Jo ich bleib hier so da ist es ah der in der Mitte diesmal wir lassen ihn dreimal angreifen also wie schnell ja wir lassen ihn dreimal hochgehen hier ist es nicht mal ah der ganz rechts hä doch 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 das war schon der aber die andere sind diesmal nicht gestorben der aufpilz für dich sorry ne danke also naja ganz normal und ganz rechts in der Mitte ja in der Mitte bam in der Face sehr gut hey ich hab glaub ich hab mein Pilz verloren ich hab mein Pilz verloren ja ja sehr gut siebte Welt kommen blieb lieb abgeschlossen m m dort geht es weiter mit Welt 8 mal sehen was da auch so auf uns wartet hier wir wollen uns in den Tsunami wenn nicht Tsunami herrlichen hohen einfach in den Wirbel rein ja überbestimmt das habe ich gesucht gut hoffentlich alles abgeschlossen hm ja also jetzt noch mal sehen nur speichern tja was mag wohl noch kommen wir sehen es im nächsten Part schalte ich wieder ein tschüss 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 ja es war es die Sekunde auch egal bis jetzt muss dieses Buch mal werde hinteren bis jetzt bis jetzt ��고 tschüss bis jetzt bis jetzt d Untertitelung des ZDF, 2020